Du hast aber einen schönen Ball. Aus bestimmten Anzeichen geht er vor, dass auch dieser neue Mord von demselben gespenstischen Unhold begangen wurde, dem bereits acht Kinder unserer Stadt zum Opfer gefallen sind. Wer ist der Mörder? Wie sieht er aus? Wo verbirgt er sich? Niemand kennt ihn. Und doch ist er mitten unter uns. Jeden Tag erweitern wir das Fahndungsgebiet. Vielleicht doch noch irgendetwas Verwendbares zu finden, das uns der Lösung des Problems näher bringt. Im ganzen Schriftbild liegt ein schwer erweisbarer, aber intensiv fühlbarer Zug von Wahnsinn. Also hört mal, der Block ist doch umstellt. Wenn er überhaupt noch mal nach Hause kommt, muss er uns ja in die Finger laufen. Ein Außenseiter verdirbt uns das Geschäft und den Bedieb. Die Maßnahmen der Polizei, die täglichen planmäßigen Razzien zur Ergreifung des Kindermörders, hindern unsere Tätigkeit in einem kaum mehr ertragbaren Maße. Wie er mich in den Fallen? Wie er selber?